Nein, scheiß, ich muss Facebook noch ausmachen. Das piepst immer so. Ja, das habe ich zum Glück ausgeschaltet. Die ganzen Nachrichten, die verbrauchen so viel Bankbreite. Ja, außerdem, wenn das alles in meinen PC kommt, ich weiß nicht, ob der Tisch das aushält, das wird zu schwer. Ja, ich glaube auch. Oh, was hier passiert? Gegen wen spielen wir? Alle. Ah, alle. Und woher weiß ich, wen ich nicht abschießen darf? Die sind blau. Und weiß. Weiß? Ja, die Lanze heißt, die eigene. Achso. Geht das hier, hallo? Hallo, geht das? Hallo, geht das? Hallo, ja. Ich höre euch. Hallo. Ah, Torwart wird aufgebaut. Ah, guck. Oh. Dann kann man hier mal so auf Ready schalten, wenn man Ready ist. In unserem Team ist noch Foxfire. Ganz rechts oben musst du mal auf Ready drücken. Oh Gott. Ja. Ganz rechts oben. Ja, jetzt habe ich es. Ja, das haben sie irgendwann eingebaut. Ich glaube, vor dem vorletzten Patch. Vorher waren die immer so fort Ready. Wo steht der Server? Ähm. Ronu Luna. Taiwan macht aber nichts. Ja, ich mag das aber nicht. Hitler wurde hochgefahren. Hm. Warum schreiben da so Bescheuerte? Ist doch Städter, oder nicht? Den du hochgefahren hast. Ja, mein Penis ist hochgefahren, Junge. Echt jetzt. Wie bist denn du? Du gehst über die Brücke? Genau. Lass uns über die Brücke gehen. Ja, halt hier meine Zunge festen. Blum, 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 blum. Oh Mann. Machen wir für den Eindruck hier wieder. Wir hätten noch unser Spiderschwein vielleicht vor... Entschuldigung. Ähm. Spidern lassen. Sauberholt rechts. Sorry, können die auch im Wasser laufen? Ja. Okay, gut. Es ist sei denn, es ist der Mariannenraben. Oh Junge, jetzt bleibt er mitten auf der Kackbrücke stehen. Ja. Wer ist es denn? Wo seid ihr denn überhaupt? Äh, bei Kappa. Also gehen wir gerade drauf zu. Das ist B2. Beziehungsweise B1. Ich krieg Raketenbeschuss. Ja, macht nix. Ich bin gerade bei Täter. Und da unten. Da läuft mal einer rum. Notfallsbeschieß ihn einfach. Piu, piu. Piu. Ja, noch bin ich ja getarnt. Hast du ECM? Nee, hat der noch nicht. Weiß ich nicht. Nee. Hier steht Friendly Cap'n Progress. Was soll das alles hier? Ähm, es geht darum, Punkte einzunehmen in diesem Modus. Oder alle anderen zu vernichten. Genau. Das spielen wir deswegen meistens, weil das ein bisschen taktischer ist, als das stumpfe Rumgehäuze. Ich hör hier was von Incoming Missile. Ja, dann solltest du laufen. Oder such dir einen großen, der Abwehr dabei hat. Weißt du noch nicht. Ja, es ist halt dunkel und ich sehe nichts. Ich versuche jetzt hier erstmal zu überleben. Du kannst mal in drücken. Ah, das ist natürlich schon viel besser. Kommt einer geflogen. Shadowhawk. Ich glaube, dann sind wir jetzt langsam in einer Nähe. Ja, ich bin bei C2. Du rennst da gerade vorne lang. Aua. Irgendwas. Irgendwas. Ach, süß Michi, ja. Also ich muss leider doch in die Third Person, sonst sehe ich echt nichts. Und kannst du auch H drücken? Dann hast du Hitzesicht. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer für dich. Alles N? Ja. Junge! Da ist ein Blackjack. Und was ist das für ein Frotz? Wo kann ich eigentlich sehen, wie es mir so geht? Oben links hast du eine Anzeige. Oh, hups. Das war mein Kumpel. Oh, schlägt's aber ein, du. Ich habe Jäger-Mack unter Beschuss, Jan. Ja, ich habe hier auch irgendwas. Au, das tut auch weh. Oh, fuck. Jetzt sollte ich mal irgendwie zusehen, dass ich hier wegkomme. Naja, sonst bin ich kaputt. Und ich bin kaputt. Mhm. Aua. Ah, hey, das bist du. Hi. Oh, hinter dir. Ja, ich weiß. Alles voll. Oh. Ich werde hier gerade geschillt. Oh, ist alles voller Banditen, ey. Ja, ich habe hier. Oh, mich hat's auch. Oh, 356 Schaden. Das ist doch vernünftig. Ich habe 60 gemacht. Ich bin dann wieder am überlegen, ob ich auf AC5 wechsle. Sir, I'm your teammate. Stop it. Ja. Ich habe gerade einen Critical Damage erhalten. Wie lange laufe ich jetzt noch? Macht nichts. Das heißt, so, dass deine Panzerung auf ist. So lange, bis der nächste kommt. Genau, das heißt, die Panzerung ist auf und deine internen Systeme sind angeschlagen. Genau. Ich brauche einen Medipack. Die liegen so rum in den Ecken. Bei den Secrets. Au. Da greift mich so ein Schurke an. Oh, jetzt hat es mich in der Luft zerrissen. In der Luft? Nee, jetzt bin ich tot. Oh, oh, jetzt im Rücken. Na, hallo, erstes Spiel. Du hast länger überlebt, als wir. Oh, mich schreit einer an. Ich bin dein Teammate. Ja, vorhin hast du ihn angeschlossen. Hast du noch gesagt, so. Ups. Ach so. Ich dachte, Firefox oder wie der hieß, wer unser Team hält. Oder Fox will oder so. Ja, war er auch. Aber du hast halt einen wie einen anderen Typ von uns irgendwie. Wie heißt er? Ach so, geil. Die haben uns aber auf die Fresse gegeben. Dann habe ich einen Abschluss, das reicht mir. Wir sind wieder auseinander gegangen. Ja, war aber auch nicht anders zu machen. Komm, von überall. Da muss ich rennen. Ich werde jetzt auch den Orion spielen. Äh, Dragon oder so. Ja. Was ist denn Setup passiert eigentlich, Jan? Auch Ackerfunk? Ja, AC-10. Noch zwei Stück. Zwei Medium Pulse Laser. Die händen ja nur im Kreis. Ja. Was sind die schnellen, nervigen? Ja, ich habe irgendwie nicht so lange überlebt. Ging aber schon. Ja. War doch gar nicht mal so schlecht. Also ich jetzt war der Beste aus so einem Team. Krasse Sache. Ja, ich baue auch wiederum irgendwie. Das ist mit den XL-Engine, das war auch nicht so eine geile Idee. Das war's? Mit den XL-Engine, äh, mit der XL-Engine, das war auch nicht so eine geile Idee. Japp. Das war's? Ja.